willkommen zurück wir sind jetzt die abwässer reinigen was wir ja noch gar nicht getan haben zumindest eigentlich das war letztes mal aber nicht da okay dann ist es doch vielleicht ein bisserl anders da oben war der schalter ach so muss ich das wieder machen so Ach, jetzt dürfen wir auf einmal in die Gärten, okay. Äh, Eis. Eis, Eis, Baby. Hä? Ach so, dadurch, dass die... Äh, Abflüsse verstopft waren, war das Wasser nicht da. Alles klar. Ups. Christoph, die Ome, Alter. So, jetzt kommen wir also da rüber. Oh, oh. Da ist der sich immer so, manchmal dreht so automatisch, das nervt. Okay. Wo ist eigentlich Asterix abgeblieben? Ach, der ist immer noch da oben. Okay, ich muss dich also wieder rüber switchen, Asterix. Du bist dran, Obelix! Ah, stimmt. Ich hab's schon wieder vergessen. Äh... Ach so, muss ich erst wieder runter machen. Ich bräuchte was zu futtern. Nee. Nee. Das war's für heute. Oh, Mann. Das wird jetzt schon wieder so ein Scheiß. Oh. Ey, wenn ich jetzt... ...das 23 Mal wiederholen muss, ey. Ach, Scheiße. Obelix! Du bist dran, Obelix! Du bist dran, Asterix! Warte mal, ähm... ...Zaubertank, bevor wir das wieder 5 Mal machen müssen. Gut. Ich hab jetzt noch keine Ahnung, ob es am Zaubertank lag, aber hat geklappt. Ey, weh, du bleibst da nicht oben, mein Freund. So, haben wir das schon mal gelöst. Oh, fuck. Oh, fuck. und Tschüss. So. Wie kriege ich denn... Jetzt Feuer hier hoch. Achso. Du bist dran, Obelix! Du bist dran, Asterix! Du bist dran, Obelix! Ach, cool! So, schon mal was vorbereiten. Jetzt kommen wir zwar da rüber, aber das will ich noch nicht handhaben. Nein! Oh! Trick! Okay, das war aber auch gerade so. Du bist dran, Obelix! Ich frage mich, ob wir auf die andere Seite auch noch kommen. Da war ja auch noch so ein Tor und da waren ja auf jeden Fall noch Soldaten. Alles Verkäufer? Weil wir jetzt eine bestimmte Anzahl an Soldaten gefroren haben oder wird dann, wenn das so ist? Interessiert ihn gar nicht. Okay, man kann die also auch so besiegen. Okay. Gut. Und dann ist wieder ein Brunnen. Da müssen wir aber scheinbar nicht Zwangslöffelchen. Okay, ich denke mal, wir müssen hier wieder den Zaubertrank einsitzen. Herr Astor hat Anrecht auf den Zaubertrank. Scheiße. Was? Nein. Ah. Ah. Und ich habe keinen Anrecht, weil ich als kleiner Junge in den Alten gefallen bin. Weiter. Irgendwie macht er ein bisschen mehr weiter mit dem Zaubertrank. Okay. 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 So, was willst du? Du bist dran, Obelix! Du bist dran, Obelix! Huegh, On! Gibt nicht mal Helme hier, ey. Frischet. Sehr gut. Oh, nicht allzu schwer. Okay. Erstmal wieder umsehen. Da können wir sicherlich das Wasser wieder... Erinnerst du dich daran, Asterix, als Cäsar eine Spielstätte mitten in Rom hat bauen lassen? Ja, doch, ich erinnere mich. Das war wirklich ein großer Quatsch. Mal gucken, ob das klappt. Ob jetzt Asterix den Zaubertrank bekommen hat. Oh. Du bist dran, Asterix. Und hat... Hat er ja... Oder? Ne, wir haben zwei verbraucht. Scheiße. Oder wir hatten die Fünfe nicht voll... Hier wieder Feuer. Oh, shit. Du bist dran, Obelix. Hey, wieso geht der denn... Wieso beamt die sich denn hier wieder raus? Achso, ich muss ja... Sehr gut. Wie, die Fix hat schon lange nicht mehr gebildet. Gut, machen wir es mal in folgende Pause sehen. Mensch, bitte wieder gemütlich. Bis denn hier.